Hey und willkommen zu einer weiteren Folge Yoshi's Crafted World Und da heute Ostern ist Fröhliche Ostern an euch alle Und heute geht es so weiter im Piraten Pier Das ist cool, nicht? Wie geht die Steuerung? Ich hatte noch nie so eine geile Begrüßung Das muss man schon sagen, ne? Und hier Ostereier Das sind ja normale Eier Ne, weil Okay Eins Blume ist in der Nähe Ja Die Blume ist unser Ja Mir gefällt, dass angezeigt wird, wenn eine Blume in der Nähe ist Shit Okay, das Timing ist ziemlich nett Nimm dich Nimm dich Nimm dich Oh ja, Leben In deinem Mund In dein Mund Aha Ja Kommt der eigentlich zurück? Ich geh einfach mal von Leinen aus Ich find lustig Ich find lustig wie die Schallgeist, die machen einfach nie irgendwas Checkpoint Oh shit Oh shit Oh shit Shit, ich hab keine Eier Ich glaub hier gibt's keine Eier Ich glaub hier gibt's keine Eier Da Da Oh mein Gott So eine schwer versteckte Blume Elf Blumen So Fly Guys Stör! Mönchen! Mönchen! Habt sie! So, vier rote Mönchen fehlen noch. Ein paar Eier. Ein paar Eier. Yay! Wir haben volle Leben! Ein paar Eier. Dies! Ein paar Eier. Oh shit, das war knapp. So! Eier! Eier! Ich weiß nicht, ob die verschiedenen Farbigen Eier irgendwas bringen. Shit! Nein! Ich brauche volle Leben! Leben! Ja! Ja! Kommt ihr zum Bosskampf? Und was klebst du, wo du hinlegst? Ich tock dich im Wasser! Ich tock dich im Wasser, Yashi! Er craftet! Böder! 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 Und dort! Und dort! Und dort! Und dort! Eine rote Münze fehlt uns. Eine rote Münze. Okay, das gefällt mir nicht. Aha! Hey, Yoshi, wie hat dir Oktodoks gefallen? Hattest du eine schöne Zeit? Ich hatte gehofft, man könnte mir da vielleicht etwas besorgen. Ich bräuchte folgendes Plattfisch. Ein Hinweis, gern, ein großer Fisch, der am Meeresgrund lebt. Einfach mit einem Ei bewerben. Äh, Vielfischer-Gfarium? Okay, der Plattfisch ist hier. Also, let's go. Ach, da fehlen sogar rote Münzen und Leben. Die gönnen wir uns doch direkt mal. Also, Leben habe ich ja schon. Beziehungsweise, die behalte ich. Ja! So, wo ist der Plattfisch? Ach nee, in dem Level gibt es Kuba. Ich hasse Kuba. Ja! Nein, nicht Level beenden. Okay, egal. Juhu, Plattfisch gefunden. Nun darf ich wohl das hier überreichen. Blumen zaubern, geben ein Lächeln auf das Gesicht. Wenn jemand traurig ist, schenkt man einfach Blumen. Das wirkt Wunder. Ja, ich würde mich nicht freuen, wenn mir jemand Blumen schenkt, ganz ehrlich. Ich habe noch eine Bitte. Ich benötige sechs Bodenbirte. Am Hafen gibt es viele von ihnen. Es müssen insgesamt sechs sein. Einfach mit einem Ei bewerfen. Gut, dann besagen wir uns auch gleich noch die letzte rote Münze. Und die sechs Bodenbirte. So, links ist kein Boden. Ist das hier ein Bodenbirte? Wunder, appeared. Menschen können wir immer gut gebrauchen. Und... Wie sudahwyn... oder... combine... Ja, Blumen habe ich alle schon. So, drei Bodenbirne. So, Kaleben. Gönnt ihr doch die Bodenbirte! Hauptsache, es sind doch die Bodenbirte! Ja, mach auf! Ja, schön hier! So, eine Sache hatte ich noch gesehen. Vielleicht ist da die letzte rote Münze. Ja, da ist sie! Tatsächlich! Ich glaube, das sind die Bodenbirte! Ja! Nicht die Flugbirte! So, Nummer drei! Numero tres! Ja, tres! Wieso auch nicht tres! Uno dos tres! Komm, gib mir noch ein paar Beereier! Ja, gib mir die Eier! Ja! 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 Ja, wir haben alle Blumen! Allerdings müssen wir immer noch die Bodenbürde finden. So, also Bodenbürde, wo seid ihr? Ihr seid keine Bodenbürde. Ja, also auf dem Weg war noch kein einziger Bodenbürde. Okay, da ist schon ein Ding dran, dass ich den schon habe. Ja, also auf dem Weg war noch kein einziger Bodenbürde. So, da hinten. Vierter Bodenbürde. La, 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 la. Fünfter. Vierter. 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 Ja, cool. Vierter. 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 Das war immer schwerer, dein Tut. Jau, so ein Bodenbürde fehlt noch. Diese scheiß Bodenbürde, wo sind die Viecher? Ich wette, dass noch ein Bodenbürde vor dem ersten Checkpoint ist, so viel steht sowas von fest. Ist halt nirgendwo einer. Ihr bewegt dich halt! Alter! Geh vielleicht doch nicht vor dem ersten Checkpoint. Das geht nicht laark. Ihr braucht noch ein wenig Taşником. Platt Bueno. sweater m船 parentsowne noch. Platt E Valorum. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hübsch! Und dann geht's. I need a little more of Krebs. Ah, eine rote Münze haben wir schon mal. I need another one of Krebs. Alter, was sind die Scheißviecher? So, wo ist jetzt der letzte Krebs? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir wollen das Spiel fortsetzen, es fehlen nämlich noch rote München. So, wir wollen das Spiel fortsetzen, es fehlen nämlich noch rote München. So, wir wollen das Spiel fortsetzen, es fehlen nämlich noch rote München. So, wir wollen das Spiel fortsetzen, es fehlen nämlich noch rote München. So, wir wollen das Spiel fortsetzen, es fehlen nämlich noch rote München. So, wir wollen das Spiel fortsetzen, es fehlen nämlich noch rote München. So, wir wollen das Spiel fortsetzen, es fehlen nämlich noch rote München. So, wir wollen das Spiel fortsetzen, es fehlen nämlich noch rote München. So, wir wollen das Spiel fortsetzen, es fehlen nämlich noch rote München. So, wir wollen das Spiel fortsetzen, es fehlen nämlich noch rote München. So, wir wollen das Spiel fortsetzen.